Wir sehen uns nun gemeinsam an, wie du Währungskurse in Microsoft Excel verwenden kannst. Dazu habe ich uns ein Beispiel mitgebracht, das sieht wie folgt aus. Und zwar sehen wir in dieser Excel-Datei eine Tabelle mit unterschiedlichen Währungsparen, zum Beispiel der US-Dollar in Euro oder der US-Dollar in Great British Pound und andere Varianten. Darüber hinaus wollen wir oder sehen wir in dieser Tabelle zu jedem dieser Währungspaare die Änderung vom letzten Kurs. Beispielsweise notiert der US-Dollar zu Euro mit 0,16%. Oder wie hier, der US-Dollar nach Schweizer Franken notiert mit einem Minus 0,68%. Diese Kurse können wir auch dann nochmals textuell herausarbeiten. Und zwar hier die Instrumente, welche verwendet worden sind und auch schlussendlich der Preis für dieses Währungspaar. Das bedeutet, ein US-Dollar in Euro ausgedrückt beträgt 0,951. Und das wollen wir nun gemeinsam erarbeiten und zwar in Microsoft Excel. Dazu starte ich ein neues Arbeitsblatt und werde zunächst die einzelnen Währungspaare angeben. In unserem Fall möchten wir den US-Dollar in Euro sehen und den US-Dollar in Schweizer Franken, sowie den Euro auch in US-Dollar. Als nächstes können wir bereits beginnen, diese Währungspaare einen Datentypen zuzuordnen. Das bedeutet, ich selektiere diese Zellen und wechsle im Menü auf Daten und dort gibt es vordefinierte Datentypen. In unserem Fall verwenden wir den Datentyp Währungen. Ich selektiere diese und habe bereits jetzt die Möglichkeit, noch weitere Informationen zu dieser Währungspaare zu importieren. Beispielsweise wollen wir ja die Änderung im Prozent sehen. Dann wollen wir auch noch die letzte Handelszeit sehen, sowie den Preis und zu guter Letzt auch noch das 52 Wochen hoch und auch das Tief. Nun haben wir alle Informationen verfügbar und geben nun entsprechend auch diese Überschriften an. Als nächstes werden wir auch den Preis doch entsprechend anpassen. In unserem Fall werden auch diese Symbole wie Euro oder Schweizer Franken oder Dollar mit angedrückt. Auf der sicheren Seite ist es, wenn man diese ausblendet. Das bedeutet, ich wechsle im Startmenü von Buchhaltung auf normales Zahlenformat. Sowie gebe ich noch eine Dezimalstelle hinzu, selektiere das und habe nun mit dem Einfügen einer Tabelle und dem Haken Tabelle hat Überschriften bereits meine entsprechenden Währungskurse verfügbar. Das bedeutet, wenn ich an einem aktuellen Handelstag auf alles aktualisieren drücke, so erhalte ich nun entsprechend die neuesten Preisinformationen. Wie du siehst, kannst du in Microsoft Excel über diese Datentypen die einzelnen Währungskurse und Paare importieren und verwenden. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!